Hallo Leute und das ist Zeugieter in paar was weiß ich hier, also auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, jetzt kommen sehr bald wieder neue Let's Plays und ja, eigentlich ist es nicht mehr zu sagen, weil es kommen jetzt wieder Let's Plays, weil ich bald neue Laptops für Geburtstag kriege, hoffen wir es, und ja. Ja, und der wird dann noch nicht mal so das blöde Windows XP, iiiiih, lau, dann wird es nämlich ganz schön aussehen hier alles. Ok, ja, tschau.